Ja, hallo und willkommen zurück. Ja, so ein bisschen sind wir hier hängen geblieben. Irgendwie kriege ich das nicht raus, wie das hier mit der Tankstelle zu tun hat, beziehungsweise das haben wir ja. Da sind wohl die drei Zeugen und aufgeschreckt durch einen Knall. Und ich habe so in der Zwischenzeit, ja, hier mal versucht rauszufinden, was kann damit zusammenhängen. Und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Es gibt hier im Moment scheinbar keine Lösung, mal nichts zu machen. Das Brett lässt sich nicht mehr ansprechen. Hier die Sache ist geklärt, aber auch die anderen zwei Hinweise sind nicht zu finden. Alles ein bisschen kurios. Und deshalb machen wir uns auf dem Weg zur Hauptstory. Die wollen wir nämlich jetzt langsam beenden. Ich will wissen, wer dieser Killer ist. Und ich habe da einen massiven Verdacht. Das eine ist ganz offensichtlich. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, ich wollte es noch beenden. Abigail ist der Geist, der dort, ja, den wir da gefunden hatten, unten in dieser Gruft. Und das ist der Geist aus der, ich glaube, ja, war schon in der ersten Folge. Und durch ihren Verrat sind ganz viele Menschen gestorben. Sie hat sich aufs Eigennutz praktisch da in die Hexerei. Aber auch Mensch ist da involviert. Oh Mann. Und ich wusste es. Roman, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Rex. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. Äh, 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdachten. Da unten, los! Männer, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheiten. Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail, nein! Du Stück Scheiße. Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näherkommst. Ronin, tu was! Halt durch, Kleine! Ich bin auf dem Weg! Oh, der muss das Handwerk gelegt werden. 16 Sekunden? Für was? Was kann Abigail aufhalten? Das hier. Oh, Mann. Das ist vorbei, Abigail. Was für ein grauenhaftes Vieh. Oh, shit. Shit, 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 shit. Mhm. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salem. Es ist Zeit, für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod. Aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Angstträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Mörder benutzt. Mhm. Baxter. Also doch. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit so nahe kommen. Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Wie meint sie Böse ist? Nein. Ich würde nie... Nein. Nein. Nein, nein, ich... Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Reiß sie auseinander jetzt. Schnapp sie. Wenn das mein Ende ist, nehme ich dich mit. Nein. Nein. Lass mich los. Nein. 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 Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen? Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter. Nun, selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Mom? Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen. Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist, das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronin? Murat Soul Suspect. Ein Riesenspiel. Ich bin komplett begeistert. Weitere Spiele dieser Art werden hier auf diesem Kanal folgen. Deshalb lasst ein Abo da, dann verpasst du überhaupt nichts. Da kommen ganz großartige Sachen. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich freue mich auf euch. Bis demnächst. Und zumindest in diesem Spiel jetzt erstmal. Tschüss. Bis dann.